Ja, wie konnte das passieren? Ich habe hier ein Kursschwert in der Hand. Damit verteidige ich mich. Aber ich will jetzt kein Wurfmesser wieder verschwenden. Du entkommst hier nicht. Ne, 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 ne. Los, lauf. Oh, ich kleiner Sadist, ne? Alter, nur solche Schwächlinge hier. Was wollen die denn? Oh, cool. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich werde Wurfmesser knapp weiter ab. Ich werde Ihnen davon erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein Wahrheit benimmt. Ja. Erzähl das rum. Gut, damit haben wir Gelehrte. Ich mache doch nichts. Ach so. Nein, wieder ein starker Angriff. Verdammt. Ach komm, Klappe halten. Hilfe. Ach nee, ne, ich jetzt habe... Ah, jetzt habe ich wieder Wurfmesser. Deswegen fand ich die so scheiße. Ich hatte nie welche. So, mal schauen. Wo können wir denn welche herbekommen hier? Wurfmesser da. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Geil, fünf Messer bringen. Bitte, Herr. Habt ihr ein wenig Geld? Scheiße. Okay, das sieht auch was ab. Dann darf ich die nicht mal mehr schlagen. In Zukunft. Aber es ist gut zu wissen, dass ich das nicht darf. So, wo muss ich denn überhaupt hin hier? Ach da. Ja, okay. Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Der ist oben auf dem Dach. Sehr schön. Und den ersten Aussichtspunkt, den Arkon, haben wir dann erklummen damit. Und synchronisieren. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh, ach ja. Gut. Dann wollen wir mal kurz sehen, was gibt es denn hier noch gar nichts. Hier vorne gibt es was. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Arme Seele. So, was haben die denn zu sagen? So, was haben die denn zu sagen? Was passiert, wenn ich die jetzt umbringen würde? Weil, weil ehrlich, was ist, wenn ich... Was ist, wenn ich den jetzt kill? Das wäre dann doch... Nächster Aussichtspunkt. Rämpeln! Rämpeln! Oh, aus dem Weg! Alleine, was hat die denn? Er greift mich an! War das nicht hier drin, wo es einen Weg nach oben gab? Wohl nicht. Gut, da muss ich doch von außen irgendwie... Ein seltsamer Mann. Aus dem Weg. Ich glaube, in Arkon gab es auch den höchsten Punkt im Spiel. Glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr. Das war eine Kirche. Die ist riesengroß. Und dann bin ich mal ganz hochgeklettert. Ich weiß nicht, ob da ein Synchronisationspunkt war oder nicht. Auf jeden Fall wollte ich da hoch. Wurfmesser sind geil. Gut, ich habe zwar jetzt schon wieder fast gar keine... Kann man wieder nicht wieder rausziehen. Ne. So. Ihr dürft nicht hier sein. Ich bin auch nicht hier. Ich bin unsichtbar. Tja, das kommt davon, ne? Ich musste Gewalt anwenden. So. Den hätten wir. Hopp. Noch kurz hier rüber. Wieder ganz nach außen, dass ich gleich da runter springen kann. Und synchronisieren. Hier hier die Ecke. Stadt ist auch ganz schön groß. Ich hatte mich auch ein bisschen geirrt. Ich glaube, am Anfang hatte ich gesagt, es gibt noch größere Städte. Da hatte ich mich geirrt. Und zwar, ähm... Ist es praktisch... Ist es praktisch... Oh, ne. Da will ich nicht runter. Ähm, sind es praktisch drei Städte. Oder vier Städte. Aber man schaltet die nach und nach frei. Deswegen werden die noch größer. Ne? Oh, da vorne ist wieder so ein... Kann ich die nicht umrempeln? Warte so. Oh. Das wollte ich nicht. Och. Och, die steht gleich wieder... Ja, mein Gott. Sind die nervig. Was, das? Ne, das sollte ich wirklich nicht noch einmal tun. Oh, schon geschehen. Na? Weg da. Wieso kann ich den denn nicht bestehlen? Das ist eine Leiche. Ich mag es nicht, beobachtet zu werden. Nein! Oh Mann, was soll denn da? Schnappt er sich da den Zivilisten? Ah! Na? Oh, jetzt wirft er ein Messer hier. Was? Jetzt auch noch großkotzig werden hier, oder was? Nee, 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 nee. Schön hier geblieben. So. Was haben wir denn? Da haben wir ein Bürgerretten-Mission. In die Richtung ist das. Aus dem Weg. Bam! Zack, in den Fuß und... ...das Kind aufgeschnitten. Sie sagten nicht, was sie von mir wollten, aber ich sah das Böse in ihrem Augen. Scheitel gezogen. Zeit, dass ich euch nicht zu eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen... Bin ich hier eigentlich im Armviertel? Ja. Armviertel, Bürgerviertel. Nein. Und hier unten ist dann das Nobelfiertel, wo ich gerade irgendwie nicht... Ah! Rechte Maustaste. Das Nobelfiertel hier hinten ist bestimmt auch noch irgendein... Ach! Ne, Moment. Das war da. Wäre egal, werde ich sehen, was da ist. Ich lasse mich überraschen. ...dass ihr ein Freund von mir seid. Was ist dieser eine Seele wieder? Was mag mir vorgefallen sein? Das ist ein Böse. Ah, naja, jetzt fragt sie sich auch, was mag ihr vorgefallen sein? Was mag in den Mittelnaden vergeben? Wir würden nur darum reden, die sind wirklich müsteriglich euch. Ach! Heide! Und tschüss, Junge! Hehehe. Ja, so kann man's auch machen. Oh, ich höre schon wieder Passanten retten, hätte ich fast gesagt. Einwohner retten. Ah, auch mit hier. Geht doch. So, dann suche ich mir gleich nochmal einen Gangster, dass ich Wurfmesser hab. Der hat gesehen, was hier passiert ist. Ich dachte, leg dir die Hände ab. Oh, cool. Okay. Nein! Nein! Ach, komm. Zack, Scheidel gezogen. Alter, draußen voll laut gerade bei mir. Geht doch mal ein Freund von mir sein. Nicht noch, Alter. Verdammt! Das ist ein böses Ruh. Hehehe. Keine Chance. Oh, was hat der denn? Oh, was ist denn? So, was haben wir denn? Jo, nächster Aussichtspunkt, würde ich sagen. Und ich denke mal, ich werde dann... Oh, das ist hier auch genau die Grenze, sag ich mal. Knapper nehmen vorbei hier hoch und... Noch weiter hoch geht es da nicht. So, dreckiger Dieb, dafür hacke ich dir die Hände ab. Dieb, das wird dich lehren zu stehlen. Zack. Fehler, Subjekt hat momentan keinen Zugang zur Erinnerung. Okay. Hallo, kann ich mich auch mal, danke, nach links hier drehen? So. Und top. 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 Und synchronisieren. Eine Bürgerrettenmission habe ich da eben schon gehört, praktisch. Muss ich nur finden. Ja. Ne? Bürgerretten ist da ganz okay. Na also. Haben wir hier auch gleich ein paar Missionen. Ich denke, ich mache erstmal eben ganz fix die... Ja. Aus dem Weg. So. Das war nicht sehr nett. Das war nicht sehr nett. Oh, Moment. Hab ich noch nie gesehen. Gibt der die Töne? Ach so, das sind die geistig Kranken da oben. So nenne ich sie mal. Oh, ich glaube, da ist auch noch eine Mission. Sonst noch irgendwer? Nein? Sehr schön. Ach so. Ne, da war ich eben noch gar nicht. Became esse holiday. Liebe.